Jacqueline, so schön dich zu sehen. Ich habe es geschafft. Na sieh sich das einer an, du hast mal eine kleine Herausforderung geschafft. Sagenhaft. Hier ist eine besondere Belohnung für deine Mühen. Ja, was habe ich dann bekommen? Hä? Hat er mir jetzt Geld gegeben oder was? Oh oh, hast du etwas Neues gefangen? Kaulkoppe 20, Seeskorpion 20, Goldfeder 20, Flussbarsch 20, Ukelei 20 und mehr 300, Belohnung 400. Meine Güte, lass uns mal nachsehen. Da kann ich ein paar Prachtstücke sehen. Gut gemacht. Hier ein bisschen Geld für deine Leistung. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie viel ich vorher hatte. Aber hey, meine erste kleine Angelherausforderung geschafft. Jetzt habe ich erst mal Zeug für Kisten. Wie immer. ... Musik ... So, wo ist es hier? Ja! Jetzt brauche ich noch die Mupfeln. Also die müssen weg meine ich damit. Und dann nehmen wir uns jetzt hier eine dieser neuen Schränke und hauen da den Kram rein. So, und jetzt gehe ich Bubu machen. Und direkt nochmal zwei Stunden nachlegen. Also. Hallo Jacqueline. Okay, vielleicht kommt sie jetzt auch nicht mehr mit Vorschlägen, sondern vielleicht ist jetzt wirklich die Speisekarte das einzige. Aber ich werde es noch ein, zwei, drei mal prüfen. So, hier gibt es jetzt auch neue Sachen. Gefällt mir aber nicht. Wobei vielleicht ja... Okay, all right, all right, all right, all right. Dann hüpfen wir jetzt wieder in die Mine. Denn mein Ziel ist es natürlich, ein paar Sprinkler zu bauen. Also ein paar Rasensprenger. Ich will die Feldarbeit verbessern, logisch. Und ich möchte... Also mehr große Fläche. Und ich möchte... Und ich möchte... Also mehr Felder und automatisch bewässert. Und dann möchte ich ab dann, wenn das mal fertig ist, in jeder Jahreszeit alles anpflanzen, was es gibt für diese Jahreszeit. Und ähm... Ja. Weil dann muss ich nur alle paar Tage gucken gehen, ob reif. Und... Also ob was reif ist. Und dann kann ich das pflücken. Und dann das Feld... neu verplanen. Ja. Okay. So, jetzt beschert mir bitte jede Menge Eisen. Fängt schon mal gut an. Danke. Ich muss mal kurz meine Nase putzen. Dafür rolle ich mal kurz aus dem Bild. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, hier ist noch ein bisschen Eisen. Sehr schön.